hallo meine freunde und das ist ein let's play von mir ich wünsche euch viel spaß nach den intros so heute zeige ich euch wie ihr texture packs installieren könnt bei minecraft zuerst müsst ihr euch ein im text herunterladen ich stelle an link in die beschreibung das planet mein kraft und da kommen gibt es ziemlich führen du kannst kann man ziemlich viel obelungen so dann fangen glaube ich auch ja mein kraft starten einmal ausführen so als dann der stadt dort dann ist wenig sondern das kreis bleiben und dann starten gleich mal ob die feindrinnen ob es braucht es nicht nur beim auch aber das ist dann schon wieder anders noch jetzt einfach nur mit die grundding die grundtexte back dann hat sich statt und sorgt ihr katex installiert katex so dann wollen wir das in dem modus einstellen denn man muss nicht aber jetzt muss ich jetzt mal dann geht es einfach auf option weil eigentlich war es ja immer bei 1.6.4 oder öder oder ich weiß immer ganz genau hat man immer darauf treten müssen genau und da waren gleich die ressourcen packs noch drei aber da sind sie manchmal früh jetzt also drücken auf option und da sieht man schon die ressourcen pakete so dann immer einfach meins und dann kann man es eigentlich man kann es nicht so einfügen drum auf ordner öffnen und fügt da ich habe jetzt anschauen drinnen aber das macht nichts passt da und dann sehe ich ja da ist schatz da ist so um wenn ich da jetzt drauf drück war jetzt ist da drüben schätze mal dann drücke fertig man sieht man schon es braucht länger beim lohner so jetzt kurz musik weg so länger braucht man sieht man ich hoffe die schütten schütten laut stecken so und tatsächlich jetzt nicht in turn chance der zu geht es gleich mal in der wird eine die da so und verbraten aber manche wird heruntergeladen so zusammen so was das geht immer und dann sie sich ja hier wird es das texture pick no more aber hier noch texture pick schaut das anders aus und man sieht es ist alles anders oder mond das liegt und ich hoffe zu viel zählen oder 6 na gut das war tatsächlich von meiner seite das war mein tutorial na gut dann bis zum nächsten mal tschüss